Mein großes Ziel ist ja später mal auch nicht nur erfolgreich im Sport zu sein, sondern auch erfolgreich in der Arbeit. Ich sehe das bei meinem Vater, der hat eine eigene Firma und in so eine Position will ich auf jeden Fall auch mal kommen und somit ist mir das Studium sehr wichtig, dass ich einfach einen Abschluss habe. Ich bekomme glaube ich den Sport gerade wegen meinem Studium unter einen Hut. Gerade diese Abwechslung zwischen Sommer und Winter mit Lernen und Sport, das tut mir sehr gut und ich glaube deswegen bin ich auch so erfolgreich in beiden. Also ohne die Sporthilfe wäre mein Sport überhaupt nicht machbar und ohne den wäre ich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Werde Förderer der Deutschen Sporthilfe.